Das intelligente GPS von Multiplex nutzt die gleichen Satelliten wie die Autonavigation. Endlich können Werte wie die aktuelle Fluggeschwindigkeit, die Höhe über der Startstelle und die Entfernung des Modells dargestellt werden. Darüber hinaus lassen sich weitere Werte ausgeben, wie etwa die insgesamt zurückgelegte Flugstrecke oder verschiedene Winkelangaben. Mit dem Multiplex GPS wissen Sie die aktuelle Fluggeschwindigkeit. Die Daten werden in Echtzeit auf dem Display des Senders dargestellt. Das Multiplex Sensorbus System, kurz MSB, ist eine eigenständige Entwicklung und erlaubt bei einem Multiplex M-Link Empfänger, dass bis zu 16 Sensoren beliebig zusammengeschaltet und verwaltet werden können. Über MSB lassen sich auch Sensoren fremder Anbieter in das System mit einbinden und die entsprechenden Telemetrie-Werte auf dem Sender-Display darstellen. Der GPS-Sensor aus dem Hause Multiplex ist einer von vielen weiteren M-Link Sensoren, welche über den Modellbaufachhandel verfügbar sind. Weitere Informationen über die M-Link-Sensorik und das kostenlose PC-Programm Multiplex Launcher finden Sie im Internet unter multiplex-rc.de oder in unserem YouTube-Kanal unter youtube.com. www.multiplexmodellsport Untertitelung des ZDF für funk, 2017